hallo tachchen allerseits willkommen in meiner klapperkiste ich habe diesmal kein neues video für euch und zwar bin ich schon seit über einer woche zu hause krank sozusagen ich habe es mit dem rücken warum sage ich das eigentlich so blöd ja ich habe es mit dem rücken ich habe da so eine kleine vorgeschichte und das ging auch schon im spätsommer letzten jahres los dass ich mir da irgendwie so ein paar schmerzen jetzt hätte ich fast gesagt eingebildet habe also ich da so ein paar schmerzen hatte habe es nie richtig für voll genommen und ich bin immer so einer ich gehe erst zum arzt wenn es wirklich blutet oder abfällt und ja in diesem fall war es nicht so richtig gut es hat sich jetzt lange hingezogen lange geschleppt und jetzt der letzte tropfen auf den heißen stein war wahrscheinlich meine letzte tour als ich in toronto oder den den kaputten riefer hatte also das letzte video das jetzt auch schon anderthalb wochen her und danach war es dann so schlimm ich habe mich dann irgendwie noch nach hause geschleppt ging dann gar nicht mehr war 34 tage zu hause war beim chiropraktiker der hat gesagt und völlig verkrampft und was weiß ich und schiefstellungen und noch und nöcher und im endeffekt war es ein entzündeter nerv also ein eingeklemmter nerv der sich entzündet hat über viele viele monate hinweg und ja dann hatte ich eine neue tour da sollte es eigentlich wieder nach philadelphia gehen und die habe ich dann kurzfristig abgesagt da war mein dispatcher dann nicht begeistert aber wenn ich nicht mehr kaufen kann dann muss jemand anders die türen aufmachen ist ja auch blödsinn und irgendwas klappert hier irgendwie ganz mächtig ich glaube das weil es so kalt ist die tür ein bisschen bisschen knarzig ja auf jeden fall hänge ich seitdem zu hause ich war jetzt gerade beim chiropraktiker wieder jetzt sagt das schon deutliche besserung zu sehen und mir geht es auch schon viel besser aber ich habe halt immer noch so ein brennen und wie ist wie so ein sonnenbrand von innen fühlt sich das an sitzen geht halbwegs liegen ist ganz schlimm und stehen und laufen ist auch nicht so toll naja jeden tag anders aber ich denke mal nächste woche werde ich wieder fahren können bis dahin ist es gut und ich fahre jetzt wieder zu hause legt mich wieder ins bettchen werfen wir wieder eine schmerzpille ein welchen halben tag verschlafen sowie die letzten tage auch und für euch habe ich halt jetzt mal nur wieder ein classic video wie es ja schon wahrscheinlich im titel drin steht ein classic video das mir sehr am herzen liegt es ist leider auch wieder im zweiten teil die tonqualität ein bisschen schlechter aber sei da ja von mir gewöhnt also von daher ist es auch nicht so schlimm da bin ich mit dem volvo durch montana gefahren und in montana gibt es ein tal das ich absolut liebe das ist meine absolute lieblingsstrecke in gesamten usa und kanada also in gesamt nordamerika ist das meine lieblingsstrecke jedes mal wenn ich da war habe ich auch mal kurzes peuschen gemacht und ein foto oder auch noch mal so einfach mir die gegend angeguckt ich liebe dieses tal total das tal total liebe dieses total und ja guckt euch an ist glaube ich auch wieder ein bisschen länger als jetzt noch ein bisschen schneiden muss ich mal sehen wie ich lust und laune habe und da vorne ist mein haus und mein bett und jetzt reicht es auch schon wieder ich habe echt es geht so vom rücken in den rechten hintern und dann bis runter zum zum großen c am wadenbein lang und so und jetzt so im rechten hintern ist immer schön ja genug geheult schmerz ist nur schwäche die den körper verlässt genau auftragen polieren in diesem sinne bis zum nächsten video das war was anderes als immer nur mit schnee bedeckt oder ich glaube ich habe schon mal gesagt aber mir gefällt mir gefällt es hier richtig gut montana nord nevada und so die ganzen gegenden das finde ich richtig cool schöne endlose landschaft ein bisschen sanft geschwungene hügel manchmal das gefällt mir richtig gut und möglichst wenig leute möglichst wenig menschen immer wieder schön tausendmal schöner als durch chicago oder oder philadelphia oder baltimore oder sowas zu fahren im ganzen berufsverkehr hoch ein auto hat der mich erschreckt kann ja einfach ein auto vorbeikommen mensch reißt mich hier aus meinen gedanken so und jetzt kommt schon ein teil der strecke ist richtig schön finde teil meiner lieblingsstrecke hier diesen fluss entlang wo ich immer noch nicht weiß was für ein fluss das ist schande über mein haupt muss ich da gleich mal nachgucken ist das nicht schön wunderschön wunderschön ist das wunderschön mir gefällt es das ist madison county in der nähe von doris montana ich frage mich ob chuck morris hier geboren wurde in doris aber wahrscheinlich nicht so ich lasse dann einfach mal laufen ihr könnt das tal genießen die landschaft der die 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 Schöner Platz zum Campen, da drüben. Ich frage mich, wie die da rübergekommen sind. Schöner Platz, oh ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Schöner Platz, oh ja. Schöner Platz, oh ja. Schöner Platz, oh ja. Schöner Platz, oh ja. So, jetzt weiß ich gleich, was für ein Fluss das ist. Das ist nämlich der Madison River. In Madison County war das jetzt auch nicht allzu schwierig, na gut. Der Madison River. Und jetzt fängt dann langsam der Teil des Tales an, was mein absolutes Lieblingsstück in meinem Lieblingsstück ist. Hier fahre ich wirklich wunder, super, toll, gerne lang, wie sagt man, sehr geil. So, Junge, jetzt überholen oder nie? Letzte Chance. Ja, geht doch. So, jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Hinter mir ist keiner mehr. Mal die Scheibe putzen. Ja, nur ist gut. Hier kommen dann nämlich so ein paar Stellen. Na ja, wann soll man nur 35 fahren in der Kurve? Gerade mit dem Truck ist das angebracht, nicht zu schnell zu fahren. Ach, ist das schön, oh, herrlich, die Bäume da am Hang. Hier komme ich jedes Mal ins Träumen. Ach, ich kann mich immer nur wiederholen. Für sowas wäre ich bezahlt. Für sowas wäre ich bezahlt. Sie macht mich richtig sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer mal das gleiche. Schön, schön, schön. Oh, herrlich. Postkartenmotiv Das war doch gerade auch mal ein schöner Parkplatz, ich glaube, da muss ich auch mal übernachten. Direkt am Fluss, mitten in so einem Tal, wer will da schon zu einem Traxdorf, ist doch herrlich. Lупst du, nimmst du mich noch gut. Brust du aufgewühltest du клasen? Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Also wenn das nicht ein schöner Ausblick ist, rechts kann man parken. Das ist ein schöner Ausblick. Das ist aber glücknahmend. So schießen wir wieder das Tal hinunter. Die Motorbremse hier bei dem Volvo ist nicht ansatzweise so gut wie die vom Peterbilt. Die ist deutlich schwächer hier. Aber das interessiert euch wahrscheinlich wie ein Pustekuchen. Was ist überhaupt ein Pustekuchen? Kenn ich gar nicht. Ich kenne Pustekuchen, aber ein Pustekuchen kenne ich noch nicht. Und wir erreichen Enes Montana. Enes wie der Dennis, nur ohne D. Fällt mir gerade so auf. Ey Dennis, es ist deine Stadt, wenn du deinen D verkaufst. Und Enes ist eine richtig schöne kleine Stadt. Hier grüßen sich die Trucker wieder. Ach so schön. So, die Strecke hier, die Stelle ist ein bisschen blöd einzusehen. Ich habe das hier jedes Mal, dass ich mal rechts ganz richtig sehe, ob da einer kommt oder nicht. Wenn ich das sehe, dann ist es meistens zu spät. Dann muss der halt warten. So, nicht, dass ihr jetzt aber viel davon erwartet von Enes. Weil es ist nämlich ganz klein nur. Es ist eigentlich nur diese eine Straße hier richtig schön. Dafür ist die aber richtig schön. So, hier rechts. Was haben wir hier? Homeservice und Antikes und Theater. Vielleicht ein Kino? Keine Ahnung. Was zum Futtern. Eine Apotheke. Eine Saloon. Eine Versicherung. Ein Sportsgrill. Was haben wir hier? Eine Bank. Ein Immobilienhändler. Eine Saloon. Ein verlassenes altes Haus. Die Banditen sind auch da, die Banditos. Hier ist eine Distillerie. Ah, hier. Distillerie. Links. Sehr schön. Muss ich aber merken. Muss man nicht. Antikes. Und das war's. Schon sind wir wieder raus aus Enes. Und hier ist wieder der Madison River. Zum zweiten Mal heute. Und weiter geht's. So, inzwischen sind wir in Aiderhof. Das da rechts ist der Henry Lake. Und hier ist auch so eine richtig schöne Gegend. Hier gibt's ein paar schöne Häuschen. Und ich hatte gerade ein etwas enttäuschendes Erlebnis. Ein Kind hat am Straßenrad gestanden. Und wieder diese typische Bewegung gemacht. Kinder machen das ganz gerne. Hier habe ich glaube ich schon mal erzählt. Kinder wollen immer, dass man mal kräftig hupt. Weil die das so toll finden, wenn ein Truck vorbeifährt und hupt. Und dann machen die mal diese Bewegung. Diese Faust, die so pumpt. Wie soll ich das sagen. Die halt so tut, als ob sie an der Strippe zieht. Und die alten Trucks, die haben ja alle noch diese Strippe. Hatte ich ja beim P-Double auch. Diese Hupe, das ist das Airhorn. Was eben über die Strippe betätigt wird. Ja, jetzt hat der Volvo das aber nicht. Weil der Volvo ist ja eher ein europäischer Truck. Der hat diese Strippe nicht. Und dann hat das Kind so Pumpen gemacht. Ja, hupt mal, hupt mal. Und dann musste ich dann halt auf mein Lenkrad drücken. Also ganz normale Hupe, wie beim Auto auch. Er hupt zwar auch ganz schön laut. Fast sogar noch lauter als der Peterbilt. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn das Kind dann möchte, dass ich an der Strippe ziehe. Und ich habe aber keine Strippe zum Ziehen. Das ist schade. Aber so ist das. So, hier könnte ich mir dann vorstellen, mal so ein kleines Ferienhäuschen zu haben. Am Henry Lake in Idaho. Aber eigentlich habe ich mein Ferienhäuschen ja direkt mit dabei hier. Kann mein Ferienhäuschen ja hinstellen, wo es mir gefällt. Mehr oder weniger. Wetter bessert sich auch langsam da. Richtung Süden wird es ein bisschen aufgelockerter. Und spätestens in Utah oder dann in Nevada morgen sollte dann besseres Wetter sein. Ein bisschen was von den Alpen hier irgendwie. Weil die ganzen Häuschen hier so, das sind halt so irgendwelche Holzhäuser. Richtige Fachwerkhäuser gibt es hier natürlich nicht. Oder zumindest habe ich noch keine gesehen. Aber das hier sieht doch schon so sehr alpenmäßig aus. Wie ja Skihütten hinter Alpen. Manchmal muss ich mir wirklich in Erinnerung rufen, dass ich hier in den USA bin. Ich habe öfter mal so Momente, wo ich dann denke, ja das könnte jetzt Schweden sein oder Norwegen oder Alpen. Dann muss ich mir wirklich ins Gedächtnis rufen, dass ich hier in den USA durch die Gegend fahre. Ja und weil ich es vorhin schon gesagt habe, gerade eben, das ist so eine Stelle, die mir öfter mal wie Schweden vorkommt. Hier haben sie Nadelbäume angebaut. Man fragt mich jetzt nicht, was für Bäume das sind. Da kenne ich mich nicht aus. Und hier steht dann auch immer regelmäßig an irgendwelchen Schildern dran, wann sie die angebaut haben. Und die Bäume sind hier teilweise 30, 40 Jahre alt. Also so lange brauchen die ja echt, um so groß zu werden. Baum möchte ich auch nicht sein. Mal gucken, ob ich hier irgendwo so ein Schild sehe. Hier ist auch eine sehr schöne Gegend. Hier stehen so im Fluss drin und machen Fliegenfischen. Herrlich. So eine Stelle, wo man mal übernachten könnte bei Gelegenheit. Ja und das erinnert mich dann wiederum an Schweden, diese Stelle. Alpen hatten wir gerade, jetzt kam Schweden. Targhee National Forest Campground. Ein Campingplatz ist hier rechts im Wald. Vielleicht kann ich ja da mit meinem Truck hinfahren. Ich hätte gerne 15 Selbstplatz-Stellplätze. Oder fünf Wohnmobile. So, jetzt bin ich offensichtlich wieder in den Alpen unterwegs. Und das nicht die Alpen sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Das sind doch die Alpen. Hm. Nicht wundern, ich esse gerade ein paar Kirschen. Mit mir ist gerade gut Kirschen essen. Ich wollte euch ja auch nur mal den Ausblick zeigen. Ich liebe meinen Job. 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 Vielen Dank.